Kaffee unser, der du bist in der Tasse, geheiligt werde dein Koffein, dein Aroma komme, dein Wachmachen geschehe, wie am Morgen, so auch auf der Arbeit. Und führe uns nicht in den Erzug, sondern erlöse uns von der Müdigkeit, denn dein ist das Wachsein und die Kraft und die Entspannung in Ewigkeit. Arabica